Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Welchen Flächeninhalt hat diese Figur hier? Diese Seite ist 10, diese 20, diese 4 und diese ist 12 cm lang. Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht ein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Hier kann ich ein Dreieck anzeichnen. Vom Dreieck wissen wir, der Flächeninhalt ist 1,5 mal Grundlinie mal Höhe. Das hier ist die Grundlinie, das hier ist die Höhe, die kennen wir. Die Grundlinie bekomme ich aus, indem ich von dieser Seite hier 10, diese 4 abziehe, dann bleibt das hier übrig, das heißt das hier muss 6 sein. Setze ich das ein und berechne. 1,5 mal 6 ist 3 und 3 mal 12 macht 36 Flächeneinheiten für den Flächeninhalt. Von diesem Rechteck, der Flächeninhalt ist Länge mal Breite, also 20 mal 10 und das macht 200 Flächeneinheiten. Wenn ich jetzt von dem Rechteck dieses Dreieck hier abziehe, habe ich den Flächeninhalt der Figur. Ich rechne also 200 Flächeneinheiten minus 36 Flächeneinheiten hat insgesamt 164 Flächeneinheiten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.